Okay. Ich weiß auch nicht, der Land muss. Und wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich muss das alles geflutet werden hier drin. Aber wie? Nein, jetzt komme ich schon wieder hinweiter. Echt jetzt? Hm. Ganz komisch alles hier. Zack, zack, hoch da. Ich bin ja schon oben und da kann man hoch da. Cool. Hm. Zeig mir den Weg. Ja, ich soll darüber. Ach, da will das wieder rausgehen. Irgendwas muss ich hier machen. Ach. Das klinge mich kaputt. Hm. Ich muss da rein. Sieh nach, was du finden kannst. Wo muss ich hin? Hm. Ja, ich weiß ja. Wie zeigt er jetzt die ganzen Tipps an? Warte mal. Genau. So. Da konnte ich vorher schon drauf. Ist ja echt nix mehr. Komme ich natürlich noch lang. Ach ja. Schon blöd, wenn man das nicht weiß. Ich komme hier hoch. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ach ja. So. Ah, da kommt man weiter. Ich glaube, ich hole mir das Ding erst. Ups. Einfach mal Tauchsprung. So. Hoch mit dir. Hoch da. Hoch. Hopp. Zack. So. Geh doch. Schaffen wir doch. Und was haben wir hier drin? Scheinten nix voll. Hm. Clown. I. Scheiß. Ja, natürlich doch. Wir springen natürlich komplett weit runter. Naja, egal. Ich glaube nämlich, ich muss hier lang. Mehr auch nicht. Ja, mehr glaube ich auch nicht. Das stimmt. Ups. Zack. Und drüber da. So. Gleich taucht Monster wahrscheinlich auf. War doch klar. Das war so klar, dass hier was passiert. Bam. Bam. Zack. Komm. Stepp. Zack. Ah, jetzt kommt der natürlich. War ja klar. Sei weg. Autsch. Wow. Bin ja fast tot. Nein, weg hier. Weg. Zack. Konzentriere dich auf die Vier, du Arsch. Bam. Ah, weg hier. Zack. Komm, ausweichen. Ah, ich bin gleich tot. Ah, 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 ah. Und stirb. Na, geht doch. Boah, ich bin zu blöd zum Kämpfen, echt. Feuer, klar. Puh, das war knapp echt. Wie viel habe ich denn noch? Steht nicht. Zu debacle. Was ist das denn für ein Fragezeichen? Hm. Wollen wir ja gleich erfahren. Boah. Das war ja knapp eben. Ich freue mich, wieso ich die rufen kann, wenn ich die nicht rufe. Hi. Gegner. Gegner. Guck mal. Schloss, das ist das. Hier war doch eben ein Gegner. Hm. Da durch? Da nicht durch. Äh. Nein, da muss ich nicht runter. Ich muss doch wahrscheinlich lecker wohl schwimmen. Äh. Da muss ich lang. Ja, hier muss ein Gegner hinter mir. Soll er doch. Ist mir egal. Ist hier was? Ah. Guck mal, da ist ein Gegner. Sterb. Bam. Bam. Ah, zwei natürlich. Was er auch anders erwartet eigentlich. Ja. Jetzt kam noch einer. Bam. Aha. Was ist das? Das war's. Kohle aufsammeln. Ich wollte schon sagen, da war noch einer. Aber war keiner. Zack. Was haben wir da drin? Hey, hier ist ein Schlüssel für mich. Danke. Yay. Ach, guck mal, da kommt man hoch. Oder auch nicht. Ich muss das mal fluten. Dann komm ich da hoch. Wahrscheinlich muss ich. Hä? Nee, achta. Ich wollte schon sagen, kommt da jetzt nicht mehr raus. Aber muss man ja eigentlich. Erstmal muss ich das da weiter fluten. Hm. Äh, da komm ich nämlich nicht hin. Nö. Ich komm da nur durch den Umweg hin wahrscheinlich. Mund auf. So. Mal da gehen's. Da ist nix. Da kommen die hässlichen Viecher gleich. Wahrscheinlich. Da sag ich doch. Das war ja so. Klar. Ja, guck mal, das zieht ja auch noch in Sicht. War cool. Bam. Stirb. Geh doch. Na, aber... Was ist für ein Gegner, taucht hier auf? Klar, keiner. Cool. Wie mies. Immer so gemein alles. Echt jetzt? Komm, wir holen uns nicht mehr das hier alles. Wenn da was drin ist. Ja, nicht. So. So. Ja, la, 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 la. Ja, la, la. So. Sack. Hoch. Sack. 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 Rüber da. Einmal im Kreis. Und wir sind da. Bei der Truhe. Da kommen wir hier nicht hoch. So. Ach da. Okay. Da geht's lang. Dann, dann. So. Ah, hier kommt's mir natürlich auch lang. Aha. Wofür auch immer. Hm. Keine Ahnung. So. Einmal da ran. Und schießen. Toll. Toll. Du musst mich verraschen. Geh doch. Klar wollte der mich verraschen. Hä? Hä? Wieso konnte man das denn hier machen? Hä? Oh na. Toll. Und noch ne Truhe. Boah. Ich quatsch grad schon zu viel. Merk ich voll. Hallo. Okay. Und rollen. Aha. Cool. Das wusste ich noch nicht. Na. Der Typ taucht ja eben erst auf. Darum. Ich bin fast zu weit. Komm. Rein damit. Hops. Du musst mich verraschen. Geh rein. Am Arsch. Echt. Hä? Kann ich's wieder hoch? Jo. Ne. Hä? Das ist für mich verraschen jetzt. Das ist für mich echt verraschen. Wie komme ich denn hier nicht hoch? Hm. Das ist echt merkwürdig. Wär wahrscheinlich anders noch hochgekommen. Hm. Sag nicht wieder Tricksereien irgendwie. Zack. Dann bomben wir den mal kurz raus. Äh. Zack. Ups. Ups. So. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Und so können wir den wahrscheinlich wieder reinbomben. So. Zack. Da komme ich gar nicht hoch, ne? Nö. Toll. Komm. Schiss mal da mal rein. Das war zu weit. Ach gut. Wie komme ich denn da hoch sonst? Das soll so gehen. Jetzt weiß ich's. Ich muss das dann rausbomben. Um da hochzufahren. Ich bin schlau. Ich weiß. Aber man kommt da nicht sofort auf die Idee. So. Zack. Und Schuss. Na geht doch. Und wir sind oben. Ich spreche hier nochmal kurz zu. Erstmal Leben heilen. Ist besser. So. Mal kurz scharf nachdenken. Stunde 15. Äh. Stunde 10 nämlich schon auf. Hi. Und. Zarek. Ich muss den da erstmal platt machen. Bam. Ja komm. Hier. Der kennt er mir. Zack. Ich hab keinen Bock, dass da nur so viele Viecher auftauchen. Na alle tot. Alle tot. Yay. Und weiter. So. Hebel action. Guck mal. Das ist mit Wasser gefüllt. Äh. Zu. Und offen. Geht auch. Das war ja einfach jetzt. Rennen. So. Und auf geht's. Und es wird wieder hell. Und die Pflanzen wachsen sofort. Nicht schlecht. Äh. Sprecht. Geh runter da. Geh schwimmen. Im Postenbad. Komm mit. Ist hier gleich irgendwo eine Tür, wo ich hoch kann? Wahrscheinlich nicht. Muss ja nicht immer sein. Zack. Hm. Guck mal. Schal. Hat nicht geklappt. Ich glaub ich weiß, wie ich da hinkomme. All wieder hier. Komm. Ach so. Der kann da nicht hochspringen. Okay. Aber ich weiß wie. Da lang. Ja, 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 ja. Nichts.